Und Frauen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 1. Diesmal, nicht nur mit dem Kümmer, sondern mit dem Major und dem Bronzebirt. Hallo, guten Tag. Hi. So, wir spielen heute den Modus Rush hier. Ich bin Medic. Ich bin Medic. Bronze nimmt erstmal Sniper. Alles klar. Bronze, warum nimmst du den Sniper? Das ist ein Teamplayer, weißt du. Der setzt sich irgendwo hinten in der Ecke und haut den Sniper raus, Alter. Das ist dein feindlicher Santer. Das ist eine Waffe, die ich hab, Mann. Ja, und? Nimm doch lieber einen Supporter oder so, dann kannst du uns Muni liefern. Komm mal weiter vor. Ja, warte. Ich komm mich den Baumstamm, Mann. Warte, die sind hier überall, Mann. Die sind da wieder im Bunker, die Pizzas. Also, der ist rein. Oh, fuck, von links. Wenn ich aber in Kanz steig mal aus und geh mal planten. Planten, okay. Rausgestiegen. Ich komm hinter euch. Ich plant bei B, ne? Ja, genau. Oh, die haben Plammenwerfer. Oh, nee, das war TNT. Nein, ich lege nicht, wird bewacht. Ich komme. Warte, fuck, hinterab oder was? Enge, feindlich. Nice. Kann ich erinnern, die waren hier vorn alle. Oh mein Gott, ich brauch... Wie lange braucht ihr, bis der nachlegen? Okay, ist platziert. Nice. Ich schieße auf den Spieler. Ja, eh, mal. Oben, links, oben, links. Oben, 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 oben. Super, super, Deckung. Okay, ist down, ist down, ist down. Granate. Ach du Scheiße. Oh! Okay, ich mach irgendwas. Lass mal parallel versuchen, auf A zu legen, während einer deckt. Ja, da ist aber, pass auf, um der Ecke ist einer. Bei A liegt auch einer im Graben. Bei A liegt einer im Graben. Ah, fuck. Boah, Alter. Bin tot. Ja, bei B wird entschärft. Die Attalerie... Oh, ich hab einen gemäßert, man. Nice. Nice, da ist A gelegt. Ah, ist cool, dass wir endlich mal alle zusammenzocken können, ne? Dass das nicht so verteilt ist wieder. Ja. Ist das Rush hier, oder was? Ja, ne? Ja, mega, Alter. Liebe Rush. Ich auch. Manche sagen immer Longville, dass du es so zeigst, weil ich finde Rush ist der beste Modus. Ja, das ist für mich auch. Fällig. Hey, was passiert hier, Mann? Das ist ein Ziel. Ja. Boah, da kommen auf A kommen voll viele, Alter. Ja, ja, ja. Ich bin safe, aber B. Aber ich seh nichts, Alter. Was ist denn hier los? Ich bin blind. Okay. War der wieder defused? Ich geh aber planten. Ich hab's gleich, Leute. Ich hab's gleich. Ja, 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 ja. B müsste down gehen, eigentlich. Hey, Bonzo, wieso Sponse? Ich hab dich wiederbeleben können. So, keine Ahnung, ja, sorry. B müsste down gehen, eigentlich. Sag mal, beleb dich wieder oder gut, anerweise. Nein, wir sind immer Medik, Bonzo. Du kannst immer liegen bleiben, wenn wir in der Nähe sind. Alter, wie viele? Nimm erst mal rein, Alter. Ich liege, ich liege. Ich komme, ich komme, ich komme. Okay, wir sind durch. Ne, ne, wir sind da gar nicht. Wir sind da im Hübel, alle. Alter. ja ja im graben oben 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 links rechts weiter von überall fangen zuerst da gehen die die füge ich wollte ich warte mal weiter passen gegner ok leute nice sehr gut und du kannst immer wenn du tot bist kannst du nach unten links gucken und dann siehst du ob ein medic in der nähe ist dann weißt du bescheid ob du respawnen musst oder nicht ich finde ich so ein geiler modus alter ich hab die fette medic ist dabei komm mit dann lass alle gehen komm mit was hier denn los mann ich geh rechts rechts lass ein bisschen haken machen alle getroffen und die mann vor 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 nice mann palast los nein natürlich trifft er mich von zu links auf dem hügel ich bin so weit durchgekommen geht man nicht da und wir leben wir leben alles gut und passt auf diesen links ich habe so eine panzer abwehrgranate Ich warte, spaw noch nicht. Geradeaus. Der ist da oben. Du hast keine Chance. Wo ist der denn? Links liegt einer. Überall. An den Felsen. Ich muss langsamer vorgehen. Wir müssen da durchpreschen. Oh, hier liegt doch eine geile Waffe. Ich bin gepanzert. Ich bin gepanzert. Alter, was? Kommt mit mir, ich baller die alle weg. Ja, der Medic muss sich immer besorgen. Ich besorg's dir, Major, Mann. Ich stehe hinter mir, okay? Der Medic muss sich immer wieder ziehen. Da sollen die mal kommen. Alter, die haben auch einen Fettsack. Nee, hier ist Medic Kiste, Alter. Go, 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 go. Oh, oben auf dem Hügel. Hast du ihn? Rechts. Nee, das ist ein Sniper. Alter, du brennst, Mann. Boah, ich blende, Alter. Okay, warte, warte, warte. Okay, go, 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 go. Wir blenden, yo. Mach die Kiste, mach die Kiste her, zack. Grab gefackelt. Ey, das Spiel, Mann. Ey, Mann. Okay, safen. Ich save nach rechts. Schmeiß mal Medizinkurri hier zu mir. Ja, ist doch. Hinter die andere. Ah, lol. Okay. Überleben, Mann. Überleben, Mann. Die hocken doch da in der Ecke, Alter. Ja, das ist erledigt. Alle tot. Ja, geil. Okay, hier, zack, Kiste. Nein, Gift, Gift. Nee, Pistole. Geiße, Mann. Haben die das jetzt? Ich hab gekillt. Jawoll. Geh mal nicht down, dann spawn wir. Geil, 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 wir haben's. Was ist denn hier los? Maske, Maske. Hallo, was ist hier los? Was machen wir für eine Party hier gerade, Alter? What the fuck, Mann? Gott, Alter, durchs Fenster, oh mein Gott. Alter, was passiert hier? Hier eskaliert alles gerade, Mann. Hier raus, hier raus, hier raus. Ich wurde gemessen. Wo denn, wo denn? Direkt am Haus, Ben. Okay, ich gucke. Hammer, Hammer. Okay, wir müssen jetzt rüber zu B gehen, Leute. Alter, wie lange diese Medic-Waffe braucht zum Nachladen. Welche hast du denn? Ich glaube, die Standard-Waffe. Alter, von hinten, Alter, hinten, Alter. Warte, ich hole dich. Alter. Alter. Nice, 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 nice. Hey, wir spawnen, Mann. Ich hab auf B, auf auf B. Warte, wir make das noch nicht bei uns. Ja, warte, ich versuche euren Rücken zu decken. Okay, ich komm jetzt mit. Ja, komm, go, 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 go. Kommt hier was rüber? Nee, ne? Nee, ich save nur gerade. Okay, go, go. Hey, spawns. Alter, was macht der denn? Der lebt voll lang, warte. Hab ihn. B. Wir planten B. Go, go, go. Nachladen. Hä? Wo ist der? Keine Ahnung. Markiert einfach mit Q. Ja, man, ich hab zwei getötet, Alter. Munt Kill. Haben die entschärft? Nice. Nice. Go, 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 go. Oh mein Gott. sagte der deutsche wir kommen von rechts rechts rum ist hier ein panzer alter das gegner man auch wir haben nur 18 tickets leute ja wir müssen langsam ich weiß wo der panzer ist diese du hast noch diese panzergranaten die kann es halt wer der leute immer zu bei b sitzt eine ecke der kämpft auf dem leben aber nicht mehr den mann gehst hinter uns zwei leute 2 1 da wo kommen die denn immer her die bekämpfe hart alter ohne witz das ding ist wir kommen von nicht so vielen seiten das ist ein problem weiß immer ich bin auch da und der letzte ansturm alter ist auch rechts ist halt noch panzer der ist auch dieser dieser panzer der typ die ticke guck mal da die ticke es ist noch bei ich denke schon wo kommen die schüsse einfach gepläntet er hat er gerade würde wir haben tapfer gekämpft soldaten alle gerade ja egal passiert müssen wir jetzt in der nächsten und es ist nicht egal schäm dich das ist aber du warst noch ein bisschen zu unaufmerksam an es ist unaufmerksam schade von schade schuld von bronzer beant ich bin einfach scheiße und sage du bist dreimal umsonst gespawnt das hat unser spiel gekostet ja schade wer ist das denn da in der mitte was hast du warte mal was steht da gezündete bomben ja oh ich habe ein battlepack bekommen kannst du ja bomben besser zünden als ich das stimmt was so hier was haben wir denn da 10,8 ja ich war besser im team oh hier guck mal battlepack was kriegen wir denn da fest hin revision 4 mhm ok jetzt sind wir verteidiger ne boah alle was habe ich denn für einen skin bekommen ok mal hinzufügen sind wir denn verteidiger alright ey sollen wir mal alle snipern auf dieser burg beziehungsweise auf dieser da sind wir ja jetzt noch gar nicht ok Burg Burg Adam achso gut ist ja jetzt dieser bunker da ah nice ok das ist eigentlich cool ey ihr müsst versorger und mörser nehmen eigentlich coupes ares gramm den von sowieso wo bist du prescribe sek ich bin jedes mal jetzt original bernd ak ab in den bunkermann in der bunker scheiße durchschmeißen das stimmt ich geh zur bunker ist echt hacke hört mal auf zu bunkern jetzt wird hier weggeballert alter feuer medik und medik stürmen vormann seit dem o gott toaster ja toaster klima ich habe ihn markiert er muss man stehen bleiben wir haben schon platziert bei b ja was hab ihn einmal bewegt sich passiert da man alle in beide spots geplant ja ist ja dabei man nicht entschärfe ich brenne ich entschärfe alter ja ich bin da und man ja egal belebe ich wieder was das denn aber wie siehst du komplett schwarz okay er macht nichts man schon ein bisschen in der sonnenbank ja ich komme ich weiß gerade am wiederbeleben scheiße mann die bronzer da ist einer den hättest du weg war dann habe ich habe ich gut wir haben die schon zwei wieder hier ist alles voll man in den ganzen gaben leute ja überall los korrigieren schärfen konzentriert genug schau mal rein da die granate die granaten sind geil schirmt die hütte bist du da so krass geflogen ja ey du läufst einfach mal vorbei danke ich stürme jetzt die hütte hier ich stehe nur drauf du hättest mal sehen müssen wie du weggeschleudert wurdest keine chance ich hab einfach null kills alles für waffen alter ich steppe mit einem schuss ja mit level 3 kannst du besser sehen ich bin mehr mit reanimieren beschäftigt als mit kill lass mal bei punkt a in das haus ja sind auch die medics mann kommen wir gehen bei punkt a ja jetzt kommen Leute Toaster und springt das haus einfach in die luft ja ist echt so stimmt ey wir werfen unsere spritzen in die gegner rein damit die sterben komm rein alle nach arm mann komm wir gehen nach oben angreifer rücken vor hört auf den squad leader so pass auf oh ok alter er hat gesprochen mann jetzt gehts los ok was was ihr seid noch medics dann geht mal ihr nach ganz nach oben die medics weil die könnt ihr mit euren waffen besser die leute holen auf distanz oh krass ich kann nichts sehen hier oben warte 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 ja ne für ne party alter ey wer ist das hier boah hat nicht funktioniert ich mach mal hier äh boah was machst du ey ey erste hilfe alter die stürmen gerade alle bei b mann ja die waffe bringt hier gar nichts aus der ja alles klar das war ein double kill war ein double kill ihr wurde beide gleichzeitig geholt oh mein gott ja belebe ich doch wieder macher ja mann ich hole dich doch ich höre nur einmal so klick ich komme mir an junge die haben bei pe platziert egal lass b in ruhe wir sind a soldat der panzer kommt draußen achso ok scott nila sagt wir sollen b die leute sterben ja wir hören jetzt aber auf die ich bin für die für die sicherheit meiner männer zuständig panzer kommt ok rennt alle weg rennen wir echt weg nein hä die frage richtig osmana ganz ehrlich rennen wir jetzt echt weg wir haben einsatz ziel oh mein gott boah alter ich habe auch die sollen besser weggerät sonst bist du draußen am mg das haus steht leider nicht mehr alter bleib drin mann boah was ist denn hier los ey durchdrucken du schützt du schützt du schützt du schützt die sind hier drin Alter wir haben das haus safe wir haben das haus safe ich weiß nicht wir sind im krieg und lachen einen aus der gerade am haus steht du schützt hey was ist das denn hier Alter voll katapultiv ich kann mich alle wieder beleben Kari guck mal was macht der denn dann in dem hey wo bist du denn ich lieg hier am boden hä nein ey ich lieg da am boden du läufst an mir vorbei warum kann ich grad nichts machen Alter ich hab null fünf was ist hier los mann kann ich mal meine waffe ah ich bin tot mann hä ich bin gar nicht tot ja boah nice ich bin einfach rausgestimmt mit dem Messer was ist das denn hier Leute die sind kurz vor der Tür die müssen rein ich hab den Poppa Klopper abgeschossen mann ich bin tot ah ne der Poppa Klopper hat mich getötet weißt du das Pferd kommt einfach auf dich zu geritten und du bist einfach tot Alter wie schnell sind die denn hä wir haben die einfach nicht killen guck mal dafür haben wir grad fast eine Stunde gebraucht man ich snipe jetzt alter ich kann anders nicht spielen 06 was ist denn hier los demütigen demütigen hä aber auch Flammenwerfer ich weiß auch nicht ja mann oh geil jetzt Kari komm mal mit hier ich hab hier guck mal wo wo bist du denn wo ist Major da da hin Mann Major dreht dich mal um du brauchst Munition mann ich bin grad rausgetappt ne noch nicht aber ich werd dran denken man danke und rückt vor pass mal auf hier aah so also geil geil wie bleiben wir komm wer ist denn das hä hä hallo hallo wer ist das hallo wer ist diese mysteriöse Person wo ist sie gerade das ist Leno Leno bohrst du wieder Kies oder was so der panzer kommt leute ja das ist voll der panzer kommt ich habe aber leider nichts dagegen boah alter okay hier ich habe eine kiste aber sonst nichts wir müssen den panzer kaputt machen die kommen die kommen alle mann die kommen alle die kommen alle im gang der kommt jetzt naja was auch sonst an salter die welt bleibt am leben weil ich kann nicht kommen bei dir ich bin mit alter okay okay ich muss bei wix von was ist mit wix bei ws xx da das gibt es doch nicht wir müssen den panzer kaputt machen es ist nicht meine runde wo ist er auf dem dach ich gebe dem doch mit dem panzer jetzt der fliege der panzer der fliegt der fliege auf der redos ein einsatz ein einsatz aufpassen man liebwerter die ist aber auch im stil ich habe geradeaus in den gang gezielt man wenn er mich nicht und wenn er hier in die in die lichtung reinkommen wir müssen auf dem panzer drauf go mann go 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 scheiße man haben uns ja schon nach hinten gepusht wie schnell machen die das denn da sind halt gut oder wir verteidigen einfach nur scheiße oder so ich habe 76 jetzt kommt niemand mehr an mir vorbei lassen wir jetzt die barrikade 0 3 machen alle ich bin jetzt mal fährt mann wachsolder geht verfügbar so lange der panzer da ist es halt scheiße bei A hey ich fahr doch ich mein lauf doch wieso läuft der denn nicht ich werd angeschossen ich will über ne mauer springen die 10 meter hoch ist ich bin schon um die ecke drüber die die misshandeln uns gerade man ich sag's oh geil muss den sniper auspacken wir über die mauer geballert ey wir müssen objective spielen man objective charlie panzer ist hinter dir curry oh die scheiß panzer ja ich spawse halt irgendjemand was dort war ey ich liege auf dem boden aber kann nicht spawnen was ist los oh mein gott ey ich bin unconscious bei mir steht einfach 0 hp es passiert einfach nichts geil Alter was die haben schon wieder was ist ja hier los so geil ich kann nicht neues spawnen ich wünsche dann liegt da immer auf der wiese ja ich liege immer noch hier es passiert einfach nichts jetzt bin ich tot lol wir haben mich aber leiden lassen wir haben jetzt nen Toaster hier kommt kommst du auch nicht an die ran wir haben nen Toaster alter wir räumen jetzt auf hier die bude oh shit alle haben schon hier rüber ich kann nicht dran du musst es machen okay ich machs du kannst nicht dran weil ich den bug hab manchmal ist der bug da kann man nicht steuern ich kann auch 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 nicht steuern ok Leute jetzt wird mal verteidigt hier ok verteidigen wir würden alle hört sich ja überzeugend an was wir schaffen hier hä hä boah der macht meine ganze deckung kaputt oh shit man der tisch ist kaputt die stahl deckung ist schrott da ist ein panzer da ist so ein tisch scheiße alter es kann nichts der marki der fährt da vorne vor alter oh der kommt du brauchst gar nicht hier reinkommen mit deiner waffe man die kommen dennis die man die kommen ich merke wer seid ihr mit mir hier im gebäude ja man wir sind im haus hier geht alles ab wir gehen nicht mal wieder Curry die kommen hoch nein komm komm die blenden bei A alter ok ich komme man ich hole die weg was sprich jetzt alles man ich habe draußen dynamit raus geworfen 5.000 leute man über die nation über die nation werde ich nicht sterben ich bin down ja ey also lol ja da war mal eine blitzrunde boah was war denn das du musst einfach ein dynamit aus dem fenster werfen Alter voll geil die sind doch im haus drin ja die wollen ja gerade reinkommen dann kannst du unten hinwerfen weißt du ja deswegen haben die auch geplantet ja scheiße traut taun ey falsches haus scheiße ja das war es alter wir sind tot das kann doch nicht sein die armee ist am ende ich hätte jetzt rein und entschärfte scheiß ich geh noch rein ich hoffe man nicht ja schade ey wir hätten uns alle geopfert dann hätten wir noch gewonnen jetzt ja hätten wir uns mal auch fallen sollen ja aber wir waren noch viel weniger als die anderen ich glaube wir brauchen Unterstützung ja viel weniger also wir kriegen nochmal drei Leute ey Kommandant Lase nee brauchen wir nicht weil Spot ist voll echt ich glaube nur 5 Leute können einen Spot ja 5 können rein Alter